Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Zombies Ate My Neighbors, Level 15, Dinner on Monster Island. So, auf der Monsterinsel sind wir. Oh, hier ist ein Stück Rasenmäher. Ja, nur für den Schrank da runter. Hier ist schon mal ein Schlüssel. Au, das sieht nicht gut mit der Energie aus. Boah, ne Menge. Ah, wieder nur ein Gegner, einer, den ich retten muss. Okay, aber ich glaube, ich gucke mich mal was rum. Boah, also allmählich wären es echt viele hier. Boah, viel zu viele Zombies. Ich habe doch eine Zombie-Phobie. Ach, Pflanze. Können wir das umgehen? Jäh, wir können die Pflanze umgehen. Sehr gut. Oh, was haben wir denn hier? Ach du Jemini. Boah, irgendwelche Wassermonster. Schnell hier, wir wollen wieder an Land rennen. Boah, da oben noch was ist. Tatsch. Oh Gott, schon wieder ein Wassermonster. Tja, hier scheint nichts zu sein. Fliehen wir mal nach Süden. Aua. Böser. Böser Bub. Noch ein Schlüssel. Oh Gott, wieso ist er denn nicht da rausgesprungen? Boah, viel zu viel davon. Na gut, dann gehen wir mal ins nächste Level. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.